XBOX Social Club Bete ihn noch heute bei XBOX Social Menü öffnen XBOX Club suchen Und Werner Let's Play eingehen Vorteile sind, du bekommst Free Infos zu Lifetime und Community Events Und kannst ohne YouTube Videos mit mir zusammenspielen Herzlich Willkommen zu einer neuen Holger beziehungsweise zur ersten Folge von Minecraft Just Spielt Zusammen mit Tanzberg 2000 Ja, wir spielen Solos Jeder baut seins Ich habe weniger als 5 Minuten nur noch meine Zeit und muss ein Treehouse bauen Auf gut Deutsch ein Baumhaus Dazu nehmen wir Wunderschöne Eichenholzbretter Dann Holz Den Eichen Dann nehmen wir den Eichenstamm Dann brauchen wir Blätter Dann nehmen wir auch die Eichenblätter Dann Was brauchen wir noch? Ein paar Ranken Dann den Boden müssen wir auf Erde flohen Das machen wir gleich mal Auf Gras Was hab ich gesagt? Was hab ich gesagt? Oh, hoppala Ja Ihr wisst es ja eh Ihr wisst Bescheid So, dann Wir brauchen noch eine Ach Oh, schon drauf Kuma Genius So, das ist meine wunderbare Leiter Wie soll ich in 5 Minuten ein blödes Treehouse bauen? Wie haut es auf das Thema Schmutz? Wie haut es auf das Thema Schmutz? Wie haut es auf das Thema Schmutz? Ganz einfach Ganz einfach So So Nehmen wir hier noch Ein Ähm So 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 So, dann machen wir dann mal noch hier so, tipptopp 1a. Dann brauchen wir noch ein paar Kleezer, ein paar Kleezer. Wie kann man nochmal den Block, äh, äh, probieren? Mit der dritten Taste, also beim Mausrad runterdrücken. Äh, dann nehmen wir eine Eilchen Tür rein. Einrichten schauen wir später, denn wir haben nur noch zwei Minuten, was sehr wenig ist. Ich würde mich jetzt eher mal um den Baum drehen. Ah, das sieht doch so toll aus. Toll, wunderbar. So, jetzt wollen wir noch ein paar Blätter. Also für meine Baukünste ist ja das ein Maus. So. 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 Eine Minute. Schön. So. Hoppala. So. Also. Lasst auf alle Fälle ein Leiter, wenn das gut aussieht. Ich finde das kipptopp. Ich finde diese Leiter sieht bei den Setscherpäcken sehr schön aus, wenn man das mit Leitern sieht nicht so gut aus. So. Wir brauchen noch ein Bett. Dazu nehmen wir Wolle und rote Wolle. Wolle. Also weiße Wolle und rote Wolle. Dann geben wir dann noch ein Bücherregal hin. Und eine Truhe. Und dann nehmen wir da noch eine Faskel hin. Wunderbar. Mach mal zu. Und fertig ist das Ding. Wundererschön. Wunderschön. Muss ich mich loben? ich hab das wunderschön alter aber so ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich warum ich alle so minecraft mini-games nur auf der Hive spiele das liegt ganz einfach daran der Hive hat das beste Multiplayer-System und das beste Lobby-System das ich kenne und deshalb würde ich auch bei der Hive ich mein Sky Wars und so gibt's hin da gab's mal aber das gibt's jetzt immer oder vielleicht kommt ja noch mal deshalb werde ich das auf anderen Servern oder so spielen ich werde sowieso nur trashen nur trashen war so ein so just build spring weil das sind eigentlich meine Lieblings mini-games vielleicht auch mal survival games beta oder sky was das sind auch coole spiele aber ich bleibe eigentlich bei der Hive das ist mit dem Server und Timeblakes und so das sind das ist interessant ja ja wenigstens einmal was besser aus und ich gebe ein gut ja das schiebe ich zu aber ich gebe ein gut ich gebe ein gut ich gebe ein gut ich hab dir in gelb gegeben legen das ist dann nein ja wenn der baum einfach ich meine das ist eigentlich ein origine ich gebe ein gut weil es realistisch nachgebracht hat aber die form sieht ein bisschen komisch aus ja wollen sie mich äh wollen sie uns verändern ja eine ganz fahrne ganz gerne von zirn ist dann äh öfff Junge eine gibt sogar dunkelgrün ruf er meint sich in der Haube das das die ich scherz das das ist dann das ist ja so hässlich aus ich find's eh hässlich ich hab nie ja eh der ist so würd ich nie bauen ich baue nicht mit null guten Glas bei Bäumen das ist hässlich es ist mein aber es ist auch hässlich nein ich hab den Boden gefloert musste ich jetzt nicht bei ihm es ist doch hässlich wenn ihr euch eigentlich fragt was benutze ich für ein texture pack ist es das pupe D-Craft das kennt ihr wahrscheinlich auch von Paluten und Sharmlets Play und so das ist nicht meins ich baue nicht so schöner Bäume das Baumhaus ist dafür umso hässlicher das Baumhaus ist aber hässlich und der Baum der hat ja das ist eigentlich klar ja das ist meins sollen die Leitern bitte die gehen gut das sind schöne aber die Leitern hast du verloren aber die Leitern hast du verloren aber die Leitern hast du verloren warum ich bin die voller hä ich hab hä wer hat gewonnen das das Junge das ist ein schicknormaler Baum und das gewinnt mit diesen Punkten das sieht man nicht ähm welchen hat er äh ich hab was ich hatte nur 19 und der erste hatte 28 ich finde die Leiter sieht viel realistisch aus als wie die aber sie sieht viel älter aus ich na Junge ich sag sie sieht schön aus und du sie sieht aber viel hessisch aus äh 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 5 Minuten Alter ich weiß wie ich einen schnellen bauen kann aber da muss ich sehr schnell bauen da ich muss unseren in gekürzter Form bauen und das ist sehr schwierig so weil da war viel Arbeit drin in diesen 10 Minuten wo wir da mal den Modus gespielt haben keine Sorge es kommt auch noch mal so ein Duos wo wir mit zwei Freunden spielen die hatten aber heute keine Lust mehr zu spielen deshalb kommt nur von uns zwei das Video und zwar das Odos weil zu zweit langweilig äh ich brauch ein paar andere Sandblöcke äh nehm mal den das sieht gut aus so ich glaub ich bin fertig das kann ich dir jetzt schon garantieren dass ich das nicht sagen na das sieht nicht schön aus da nehm mal die Schnee genommen ey warum hat das alles da so aber da hab ich da hab ich da hab ich Wie auf der Insel? Das halbe... Äh, erst am PC, also... Alter, innen ist er schon kurz, aber egal. Ja... Aber ich muss noch den Tentum machen. Das fällt mir gerade ein. Ich habe gerade ein kurzes Audiosystem. Ja... Wo? Wo nicht? Wo nicht? Nein, nein... Können wir unten rein, oder? Es geht. Ich freue ihn eigentlich schön für meine Verhältnisse. Ich glaube, ich glaube nicht. Also den habe ich schon. Hehehehe Mach man so hoch... Oh, Zeit haben wir aber nimmer viel. Ich glaube, ich werde gar nicht mit dem Inselrand versuchen. Damit werde ich fertig, aber nicht mit dem Außen-Ding. Immer mit dem Außen bin ich schon fast wie abliegt. Du willst mich doch verkackern. Ja... So... Und jetzt kriegen wir hier rein die Lava. Wunderbar! Ja... 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 Und jetzt etwas verlängern. Und da fragte man sich... Woran hat es gelegen? Ja... 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 So... 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 Als... So... Mom... So... ein paar Spinnennetze ein. Das ist so. Okay, da kann ich nicht mehr rein. Ich glaube, jetzt kommt meiner. Das ist meiner. Oh. Ja, ich gebe zu. Ist schon gut geworden, oder? Schon gut. Oh, das ist eigentlich kein Tempel. Was? Das ist ein Büßentempel. So sind die überall. Warum gebt ihr alle rot? Ich gebe euch mal rot. Ich habe die Hände gegeben. Ja, du warst auf der Hand zu gehen. Junge, der sieht hier rot. Und hat sehr schön. Ähm. Ja, also, man muss schon von seinem Niveau ausgehen. Ja. Ich fand mein das jetzt am schönsten. Ja, meiner. Das war, ist einer? Ja. Ja, das ist doch auch nicht normal. Also, der. Ich habe gedacht, unser Sandtempel. Sieht gut aus. Ah, ich habe rot gegeben und aufsichtig. Great gebe ich dir. Ja. Ich meine, der Stein... Ja, der Stein... Nicht gelungen, aber sonst... Ein Labyrinth und der soll... Junge, die gibt Grün. Und mir geben... Warum gibt er jeder? Alter, das ist doch kein Tempel. Was ist das? Was ist das? Das gewinnt. Da waren drei Grüne. Dunkelgrüne. Also, was ist das? Junge, was ist das? Das ist doch kein Tempel. Seid ihr alle so geschissen? Habt ihr einmal aufgebaut? Es ist aber... Was hat sich an Schussbrück? Die bewerten aber so... Das Ding. Sie können sich besser... Ganz gut. Mit was verschwenden die Leute ihre Bauzeit? Da sollen sie doch noch lieber gar nichts bauen, bevor es so hässlich aussieht. Ah, schlimm. Ja, das wird gewinnen. Das betrifft nicht einmal, dass es gewinnt. Als ob du Dritter bist. Ich habe nur 16. Nur weil sie mir alle... Und das hat gewonnen. Es reicht, back to up. Das ist so eine Kackgruppe, wo wir da drin waren. Gut. Wo bist du? Da bist du. Komm her. Da komm. Screen. Ich möchte screen mit Palette. Ja, das war's mit einer weiteren Folge, beziehungsweise zur ersten Folge von Minecraft Trust Build. Ja, wenn du Kack mit Spielen hast. Gut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in meinem Xbox Social Flow oder bei einer weiteren Folge. Kleiner Tipp. Ähm, ich plane am Sonntag um 18 Uhr mich mit Freunden, also mit Xbox-Spielern im Bus-Simulator 18 auf den Konsolen zu treffen. Und das hätte ich gerne als live, also live gestreamt. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Hoffentlich klappt alles mit dem Stream. Nicht so wie beim Secret Neighbor Livestream. Den muss ich noch nachholen, aber das kommt alles noch nach Corona. Weil dann haben wir wieder genug Daten. So, ja, gut, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Tschüss! Tschüss